Ja, gib die mal rüber. Jo, das wollten? Nein. Scheiße, man, hab mich verklickt, Junge! Können gerne tauschen, ich bin E.B. Ich geh an. Willst du tauschen? Ja. Weil ich dann fehlkaufen kann eine P90. Wie heißt sie? P90. Hit. Oops. Bitte was? Fixer. Langsteppt was? Lang kommt was? Pass auf, da war noch was mittel-dünnes. T-spawn. Jau, im Laufen. T-spawn ist noch Scout. Ja, die Scout hat mir auch im Laufen gegeben. Ja, eine hab ich doch schon weggeholt. Ja, die gehen long. Ich dachte sich so, boah, geil. Stellen wir uns mal zu zweit da hin, weil wir so geile Stecher sind. Alles klar, diese Scout. Noch einer long, diese gehen long. Achso. Ach, fuck man. ehm. Meine Nase läuft, das ist geil. Hm, nice. Ist der denn zum Kühlschrank, oder? Nein, nein, lass ihn vergessen. Nein, lauf gegen den Strich weg. Was denn? Läuft, läuft ja, Alter. Echo. Ich jetzt. Echo, ich bin der Einzige, der kein Geld hat, aber okay. Ja, lass eine Echo machen, wir fühlen ja noch gut. Tobi kauft sich ne Awe. Läuft bei ihm. Wie ist dieses Echo, hä? Wieso Echo? Ich bin der Einzige, der kein Geld hat. Aua, Tobi. Aber sie kauft, aber ist weg. Ja, hey. Ja, ich hab leider von Tobi einen Schuss abgekriegt. Hä, wieso von mir? Alter, stehen die halt so dreht an mir. Bombe, Lower Tunnels. Bombe liegt, Lower Tunnels. Oh, nice. Hol mir jemand, okay? 1 HP mit 1 HP, glaub ich. Oh. Die geben auch grad nur noch im Lauf und die Gegner, ey, das ist ja abnormal. Bruh. Ah, verdammt. Das war ein Schuss in die Fresse, wa? Das war ein Schuss in den Ofen. Ja, man. Ah. Wo sind wir weg? Oh Mann, Alter. So lange her, dass ich Pokémon geguckt habe. Jetzt lang her? Bei mir vor 4 Tagen, Alter. Mal einen Schock. Irgendwo auf Netflix, glaub ich. Nice. Ja, Mann. Was gibt's auf Netflix? Keine Ahnung. Ja, gibt's auf Netflix. Was gibt's nicht auf Netflix? Bessere Frage. Immer für uns. Das, was ich sehen will, Alter. Bronos? Ja. Ja, die gibt's auf Netflix wirklich nicht. Aber schon 4K gratis. Richtig? Was sind das für Leute? Ja, dann peak doch nicht. Guck einfach Short. Fahrt. Fahrt einfach. Chill dein Leben. Sünd dir Johnny an. Und das Leben läuft. Also einer Steppen-Tunnel rum. Drei Mitte. Zwei Mitte. Lang hat's g'nifed. Und zwei auf Lang. Alter, noch zwei Short. Oh, einer Lower Tunnels. Zwei Top Mid. Einer Top Mid hat Low. Der wüsste Low haben. Ja, Mann. Da guck ich die ganze Zeit dahin. Und dann, wenn ich hier hoch springen will, dann kommt der. Da steht Top mit Awe. Ja, nur kurz, ne? Irgendwo. Schätz ich mal nicht. Stehen Top mit fast alle. Das heißt, die können auch überall hingehen. Ja, lang war noch was. Gerade. Ich würde da vaporraten, jetzt zu B zu gehen. Und du bleibst einfach irgendwie nur hinter deiner Kiste stehen oder so. Ich glaub die kommen da. Rock dich irgendwo hin. Ich glaub die haben die B. Komm von mit. B. Aber kann nicht planten. Das ist doch der Kirchgeilung, nicht? Ja? Du hast das richtig klasse gemacht. Nicht. Das hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Klasse lassen. Äh, kann mir da irgendwie dein Vierling oder so? Ja, kein Geld. Drop mir ein Four, please. Äh, Orange. Hm. Aber was hat der einen vorhin auch lang gemacht? Der sich da auf dem Boden gehockt hat. Wollt ihr Kistet Ball an oder was? Weiß ich nicht. Äh, scheiße. B hat verkackt. Wie lange ist irgendwas? B in den Tunnel. Ja, wie kurz in den weisen? Nic. Wie lang ist das? Hat nicht. Schaw, das ist nicht. Los. Von dem milhões, die gehen A. noch mal danach. Wen stay naja. Wie lange ist was. Hatt not. Hat. Hatt not. Schaw, das ist auch. Nein, der Code hat 50 AP. Er stirbt nicht, Alter. Vier Hits immer, ey. Das ist der größte Witz, den es gibt. Ace? Okay, dann nicht. Gut. Alter, der eine hat ja Videos für Tobi. Hm? Was? Wo? Guck dir mal den Usen-Dead-Bolt an. Einfach ein Community-Profil. Usen-Dead-Bolt. Nice. Wow. Das ist was für Tobi. Ja. Toll. Boah, dicke! Arschen-Titten! Arschen-Totige Arschen-Titten! Was? Warum macht er eigentlich mal so Scheiß, Mann? Echo, please, ey. Oh mein Gott! Wie geil das gab! Arschen-Titten! Was war das denn, ne? Paschen wir B rein? Klar? Okay. Let's go. Wir müssen doch jetzt gehen. Lecker. Sag mal, hat der irgendwie... EMA oder so? Du? Boah, du Wuhle! Sechs nach P lang! Tausend! Sechsundachtzig in zwei! Ey, das Spiel ist so um. Du drückst ihn in die... Oh, dankeschön! Geil! Du drückst ihn in die Fresse! Verreckt dich, Alter! Auf... 1 Meter Fennung, oder was, Mann? Ja, ich glaub noch nen Elko wäre angebracht. Ja, ich krieg... Ich glaub diese Runde ist los. Ich krieg nix hin. Ich kann nicht aimen. Also ich... Ja, ich bin Battlefield 1 ist realistisch. Das CSGO, da hat nix mit Realität zu tun. Ja, das ist einfach nur scheiße, Mann. Battlefield 4 ist besser als Battlefield 1. Sind beide gleich... Ich sag das wie auf A... auf B alleine, die Wind sind. Lang eine. Oh, das Knife ist geil, Alter. Und Hentai, der Panda. Suck. Nein, deins. Meins. Okay. Alles meins. Eis haben? Short. Ja. Gibt 4 Euro? 500. Okay, gut. Er hat nen Headshot! Ne, doch nicht. Wtf. Warte, ich dachte, da kann man nicht mehr durchschießen. Kann man doch. Ja, nice. Wurde einfach von allen Seiten penetriert. Long, long, long. Two guys long. Go, go! Was macht Orange denn da? Wieso... Was macht ihr da? Das Kängel. Oho. Boah. Boah. Oh! Lacker! Ey, das konnte uns nicht verändern, kann das sein? Die Schaltfläche hier oben. Mit einem mehreren Maximilien schließen zu. Ja, hat nen Update bekommen. Ja, relativ jetzt ist grad irgendwie, glaub ich. Läuft bei ihm. Ja, Mann. I.M. ist der Beste. Negativ. Ja, auf einmal. Hat mich vom Thron gekickt. Okay. Alter, wär jetzt gestorben am Fallschaden. Hatte Runde geholt? Abstimmung. Was? Ja, hat er. Das Video hat mich grad noch geladen, okay. Du warst auf Community-Kofielen. Surprise, motherfucker. Hm. Läuft hat er zu, Alter. Surprise. Zwei Arve. Wir haben alle aufhören, immer die Arven zu facen. Ja, sehr eingepachter. Zwei Arven. Zwei Arven. Zwei Arven. Ja, der geht lang. Ja. Der geht lang. Glaublich. Wahrscheinlich Abba oder so. Droge. Geiles Knife, alter Alles klar So verreckt den Ligger nicht, alter Mann Der Moment, wenn der Headshot nicht mal ausreicht, Alter, ich hab zwei Hits gegeben, aber was geb ich den 98, ein zwei Nice Digga, Dennis What the fuck Das wäre so ein Moment, wo ich mir denke, clear Hier stehe ich wahrscheinlich ewig Ja, schießt mich durch die, ey, Mann Jetzt hier noch Hacks Kennen wir rein Ja, ich hab 1 AP, gebt mir vor Hey, wieso steht ihr jetzt nicht auf T-Spot? Was ist los mit ihm? Rechts Top-Mit steht einer, der hat einen Headshot Top-Mit ist down Könnt ihr den mal hitten? Ich hab den von 90 ein zwei gegeben Dennis, das lasst du immer noch bei dir? Nein Hast du ihn dem Adapter mitgegeben? Der muss, er kommt nicht mehr Kommt er nicht mehr? Scheiße Geh, Base Was dagegen, werde ich morgen mal vorbeikomme und mir den abhole Ich bin wahrscheinlich gar nicht zuhause, muss man sehen Mann, wieso hab ich schon wieder keinen Geld? Okay Weil du ein armer Schlucker bist Okay Na egal, ohne Echo Echo, ja Kann man eine FF-7? Oh Mann, Alter Lecker FF-7 eine, bitte Danke Nicht Soll, warum hat Wtf, warum hab ich eine UMP? Ja, hat orange gebedeut Hier, klar Einer down Ah Einer lang Lohatane steppt was Ich weiß, ob die Shot hochspringen Kann ich nicht hingucken Dann höre ich die Gern Die Wo ist dennis? Ehhh, top Diese Tuliskang ist eine Aave Tuliskang, ich bin lang Suicide Ja, es ist SUISIDE Okay Steht immer auf Aave Ja egal, lass die da stehen ABP mit. Don't come with Orange. Er macht's trotzdem. Ja, das ist ein Russe. Boah, der Spot ist halt mit mies Schisch, Alter. Er hat ja den Kartell... Wie heißt denn Dinger? Was? Diese blauen Dinger hier. Diese runden Dinger. Fässer, ne? Eisäcke. Das nicht. Noch einer Short. Ja, letzter Short. Hat eventuell eine ABP. Nice. Weißt du, ich frag mich grad, wieso trifft der Gelb nicht? Man, Digge. Bei uns. Hättest du mal auf B sehen müssen, Alter. Da war eine Legende und bei dir war er einfach Bot. Bei wem bei mir? Gegen dich war er einfach Bot. Ja, bei uns hat er uns einfach... Keine Ahnung, was für Flicks weggeschossen. Digge, dachte ich, ich bin YouTuber, weißt du? Und ich bin jetzt wohin, Alter, weißt du? Was? Oh Mann, Alter. Was? Komm, Tobi, die kommen jetzt ewig. Iff. Alter. Haben die einen Autosniper? Flash dich rein, Tobi. Was ist das? Eine Zeit lang. Okay. Autosniper und Orb. Gehen wir einen Autosniper? Gehen kurz. Einer geht kurz. Ja, ich hab kurz. Ja, wahrscheinlich Autosniper. Der fickt dich, Wetten. Nein, ich bin sneaky. Ja, what the fuck. Hallo, Dennis. Hi. Zwei. WTF? Wie trifft der Blatt? WTF? Wie trifft der Blatt? Der stirbt nicht! Autosniper down, Autosniper down. Aber jetzt hat der andere mich noch... Noch einer auf Short. 85 und 5. Fair, das Game. Bro. Ey, was? Was? Wie kann der verrecken? Letzte Runde. Ey, Jungs, ich mach auf dich. Okay, ich bleib A. Gib mal Fall 7 eine von euch, bitte. Oh, Mann. Gib mal Fall 7. Dings. Alter, ich kann grad nichts machen, ey. 85 in 5. Ohne Wände, ohne nichts. Und der Gegner stirbt nicht. Long Flash. Mit deiner, ne? Noch einer Short. Einfach doppelt mit der Anova weggeballert. Ja, die sind Short. Jetzt. Hallo? Einer ist CT gesprungen. Noch einer Short. Ja, einer CT. Kommt auf Ramp. Kommt auf Ramp. Alles klar, wie er drückt. Kommt auf Ramp. Kommt auf Ramp. Kommt auf Ramp. Ja, einer Short, einer CT. Das ist keiner CT mehr. Da, aber eines kurz. Hey. Einer Sides. Sides, letzter Sides. Ich hab mich grad nicht rausgefunden, was du mit Sides meinst. Kommt. Und ein Headset weniger auf dieser Erde. Ja, wahrscheinlich ist der Muschpult wieder. Egal. Headset für T. Jetzt wird richtig gereckt. Können wir B oder A? Nee, B war sch... B okay. Nee, B ist scheiße, B ist scheiße. Ja, B ist gut. Nein, B ist scheiße. Wir haben B Spawn, mate. Ja. B war bis jetzt... B hat bis jetzt noch nie Funktion. B Spawn. Okay. Weil ich Funktion jetzt fast nicht mehr eigentlich. Auf Beta Latschen. Tod, 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 Tod. Anderleuer. Oh, was? Kommt doch von hinten, Alter. Ich hoffe. Ey. Diegel auch noch. Läuft. Ja, ich hab nen Lack. Weiß ich. Schnauze. 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 Weiß du? Weiß du wie viel ich grad Loire ged... Loire, hab ich den Tunnel nochmal gekillt? Nee. WTF, einen hab ich erstmal. Warte, wie viel? Wie viel? Wie viel? Ich hab grad einfach jemanden 90 in 7 gedrückt. WTF, warum? CZ. Weiß kann. Ich smoke mal in die Mitte, die Box da, wenn's geht. Let's go, let's go! Siehste, deswegen war schon nicht B. Ja. Klar, war schon nicht B. Also smoke schon mal raus, ne? Also, gekonnt. Ja, liegt nicht. Schon zu kurz. Nice. Du, die's beste Waffe. Da sind noch zwei On-Spot. Ja. Einer's low. Ne, einer's doch nicht low, weil... 5 wird's nicht ausreichen. Ach, ihr aus. Warum? Ja, sorry, ich kann nix machen, wenn ich jemanden einfach 55 in 5 drücke, mit ner scheiß P250. Ich war auf seinen Kopf, ja? Habt ihr das gesehen? Ja, hast aber nicht abgedrückt. Doch, hab ich. Nein. Bei mir ist er geschossen eigentlich. Bei dir vielleicht, aber bei uns allen hat er nicht geschossen. Hast du nicht geschossen? Was ist das für ein scheiß Game, Alter? Das liegt daran, dass das ein Russen-Server sind, die Gegner Russen sind. Der Technik-Server. Wuuuh. Digga, ich war auf seinen Kopf. Ich hab drei Mal abgedrückt, Alter. Wieso geht... Hä? Digga, das Spiel fackt wieder ab. Das liegt daran, dass wir jetzt auf dem Russen-Server sind. Ja, lass mal auf den deutschen Spörse, weißt du? Das gibt's bloß nicht. Doch. Meines deutsch. Äh. Gib mal drauf. Lord, 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 Lord. Alter, ohne witzig glaube ich langsam einen Gegner von ihm mindestens an. Tja, dein Pool... Bommel mitnehmen, Bommel mitnehmen, Bommel mitnehmen. Lapp mal nach, ne? Bitte. Tobi reckt ihn einfach. Ja, wie Tobi den Scheidern verfolgt hat. Löt, halt, Dings. Tunnel? Tunnel. Alles klar. Ja, komm doch mal. Ja, komm doch mal. Ja, komm doch rum, gib One-Tabs, Alter. Ja, Global. Nee. Hacking, wa? Nein, der hat 1.875 Spielstunden. Ja, 1.000 kann jeder haben, weißt du? Wird gekauft im Account. Jonas hat auch 1.000, das ist kacke. Ich hab doch schon mal einen Cheater, der hatte 1.000 Stunden. Der hab ich gebannt, Digga. Das Report-Bot und so, irgendwie. Warte dann weg den nächsten Tag. Ja. 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 B1. B1. Einer CT. Ja, ihr könnt ruhig B-Gay. Lower Tunnels down. Ich fack weiter in Long. Langweil, glaub ich. Oh Gott, kein Behindert. Bleib weiter auf Short. Langweil, glaub ich, keine Steps. Da waren Steps, da hast du recht. Oh. Short ist einer. Bitte und Short. Ja. Alles klar. Gib den erstmal Sprung, den Headshot des Todes. Alles klar. Wieso macht er ganz okay jetzt, dieser Drecksruster, Alter? Ich fix deine Generation, Alter. Ich hab Tunnel. Die Runde helft. Letzter Fenster. Nice. Ich pack wieder Attack und Five rein, Alter. Das ist derzeit scheiße geworden. Gib den B oder A? Wir gucken erstmal Mitte. Ja. Einer B. Zwei B. Zwei B bis jetzt. Moment, er wird gesmoked. Noch ne Smoke Mitte. Alter, und einer mit Lower Tunnels. Warum sagtest du... Oh. Ihr habt ja gesagt, Smoke Mitte. Ihr habt ja gesagt, ich konnte nicht mit dir gucken. Yo. What the fuck? Das war doch jetzt safe mit Aimer. Hm, tausend Stunden. Du Englisch Trash. Von hinten. T-Spawn einer. T-Spawn einer. Weißt du, er läuft Tunnels. Ich steht T-Spawn. Er läuft raus. Gib mir im Laufen mit der... Mit der Deagle in One-Click. Ja, töte ihn los. Mhm. Einer hat abgebrochen. Echo. Echo, ja. Top of an Attack. Ich krieg auf tausend Meter Entfernung Deagle One-Click im Laufen. Ich denk's auch mit der Deagle. Wir haben mit der Deagle. Er guckt... Er geht durch Tunnels. Durchläuft einmal zur Seite. Beim Laufen drückt er... Und ich steh Tunnel. Ja, nicht Tunnel, sondern T-Spawn. Ja, nicht Tunnel, sondern T-Spawn. Ah, klar. Da glaub ich Headshot. Wette clear. Nein. Watt nicht. Ist noch einer lang, noch einer lang. Watt nicht. Watt nicht. Watt nicht. Watt nicht. Ey, dieser... Schon wieder. Im Laufen, Alter. Den reporte ich jetzt. Ohne Witz. Von hinten. Glaube ich. Oder? Ey, Short glaub ich einer. Aber den einen reporte ich jetzt. Ey, er guckt um die Ecke. Ja, das ist der. Guckt euch den mal an. Habt ihr's gesehen? Ey, ey, Digge. Ey. Den glaub ich jetzt reporte. Habt ihr auch mal einen Jackson oder was? Ja, reporte. Der gibt nur im Laufen. Der Hex brauchst du nicht schreiben. Porte einfach. Einer B. Immer noch einer B. Nur einer B, Jungs. Bombi. Ne, noch 2 A. Ja. Den geht B, Jungs. Immer noch einer B. Wo ist denn die Bombe jetzt denn, Mann? Ja, ich geb B. Ja, jetzt sollte B clear sein. Was ist mit euch los? Ach Gott, da wär die Tür gewesen, hm? Ich guck die Tunnel, du musst die anderen Sachen nicht haben. Was? Steht nichts. Eine outside. Glaub ich. Wunder. Du stehst im Feuer. Nice. Nice. Frist Elbe. Wer will AWP oder so? Very nice mit W, Alter. Mit W, Junge. Weißt du? Das ist ja noch schlimmer als Sword, doch. Das ist einfach 3, äh, 3 Generationen Incest, einfach. Und du willst, das ist aber noch schlimmer als Sword, auf was ich übersorge. Was? 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 2B. Er ist lang, diese Fotze, Alter. Er ist CT, natürlich. Das macht dir irgendwas. Fuck! 50 auf Sword. Äh, 40. 50. T-Spawn, Jungs! Was? Wie kommt der Bot T-Spawn? Der hat gegen... Das war nicht mehr der Bot, weißt du? Das war der Ruste. Doch. Das war der Bot. Der Bot ist einfach... Oh, konzentrier dich. Hä? Wie hat er dann auch getroffen? Mhm. Ja, das wäre... Wenn da ein Stammbaum eigentlich heiß ist, dann geht sowas. Wollen wir von B jetzt wieder Rush machen? B Rush, einfach auf da. Ja. Du willst, was ich mich frage? Ob es für CSGO wirklich ein Sheet gibt, der schon seit mehreren Jahren unentdeckt ist, Alter. Gibt sowas mehr, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Kann ja sein. Ich hab grad X-Files quasi auch schon seit fast ein Jahr unentdeckt sein. Oder so. In full flash. Gibt dir nichts. Einer von hinten mit 30. Einer. K-K-K-Auto. Auto. Oh, nee. Oh, Junge. Rafft euch. Ja, keine Ahnung. Der Revolver anscheinend... Auf 1 Meter entfernung mach ich Rechtsklick, die sich schnell schießen. Natürlich ist es dann für mich logisch, dass ein Revolver... K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Die alle haben keinen Private-Rank, also dieses Level 40. Echt? Man kann die von euch sehen. Von jeden kann man die sehen. Äh, doch, den kannst du sehen, wenn du auf CSGO-Profil bewegst, du Lachs. Laut, ich geh auf Community-Profil. Nein, CSGO-Profil. Ja, schimmer, du Lachs. Äh, guck dich an, Bitch. Der Rang 6, ja, ist doch geil, Mensch. Warten, wie viele Steuern hat der schon? Zwei long. Alles klar, 74 in 3. Der Danny, Alter, ohne Witz. Ich report den jetzt auch, der hat auch an. Das kann mir niemand erzählen. Wie oft der mir jetzt schon durch die Wand gegeben hat. Ja, Rust, die hätten alle, Alter. Am besten alle neben uns KZ stecken, Alter, weißt du? Ja, Danny habe ich jetzt auch reportet. Weißt du, wie heftig der immer durch die Wand gegeben hat? Wow. Am besten alle neben uns KZ stecken, Alter, weißt du? Wahrscheinlich hat der Danny, Danny auch wieder heißt, er hat keinen Rang. Ja. War ja klar, die spielen zu dritt zusammen. Mhm. Dania hackt und der Houston Debold da, Houston Debold. Hackt auch, Punkt. Seiner sehr starken Boosted Service auf. Oh, ich bin Downing, Alter, find ich geil. Cool. Von 3 auf 2. Ja, mal wieder, Alter, zum 4. Mal schon. FeelsBatman. Ja. 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 Ja.